Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ich beim Demovenpark war, sind wir erstmal Go-Kart fahren gegangen, beziehungsweise ich alleine, weil die anderen keine Lust hatten. Aber trotzdem gab es dann andere Leute, die noch dabei waren. Also ich bin da so gegen ein paar Leute zwischen 12 und 25 gefahren. Also ich war da ziemlich entspannt. Ich hatte auch keine Lust, da Wildgas zu geben. Also ich wollte es einfach mal nur ausprobieren mit Go-Kart fahren. Hatte ich ja in Deutschland schon öfters gemacht. Und jetzt einfach mal hier in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent auszuprobieren, hat mich schon gereizt und deswegen könnt ihr jetzt in den nächsten Clips sehen, wie es da aussah. Also wir hören uns im Schlusswort. Okay. Vielen Dank. Das ist die Schlange der Menschen, die auch wollen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.